Ich arbeite jetzt schon seit einiger Zeit an meiner Webseite über die IT-Ausbildungsberufe und ich dachte mir, in diesem Video nehme ich euch mit und wir arbeiten gemeinsam an einem neuen Feature. Das ist ein Tag im Leben eines Softwareentwicklers. Was vor einigen Monaten als Hobbyprojekt gestartet ist, wird mittlerweile immer größer und vor allem auch professioneller. Aktuell besuchen rund 5000 Menschen jeden Monat die Webseite, 1600 Klicks kommen davon von Google und ich verkaufe sogar mein erstes Produkt. Für mich steht bei diesem Projekt immer eins im Vordergrund. Ich will die Ressource sein, die ich selbst in der Ausbildung in der Form so nie hatte. Eine Begleitung durch die gesamte Ausbildung. In diesem Video möchte ich eine Art Berufsquiz programmieren, damit man herausfinden kann, welcher Ausbildungsberuf am besten zu einem passt. Aber die Frage ist, wie setzt man sowas um? Weil im Endeffekt kann ich mir hier sowas wie ein Punktesystem vorstellen. Man beantwortet Fragen und je nach Antwort werden einem Ausbildungsberuf mehr oder weniger Punkte zugewiesen. Und der Beruf mit den meisten Punkten ist dann die Empfehlung. Damit können wir auch ein Ranking anzeigen, welcher Beruf am meisten zu einem passt und welcher eher nicht. So gewieft wie ich bin, habe ich die Idee einfach mal in ChatGPT eingegeben, um mir bei der Konzeption helfen zu lassen. Ich finde das super praktisch, um einen ersten Denkanstoß zu bekommen, den ich dann weiter verfeinern kann. Denn selbst in diesen paar Sätzen, die ich gerade erzählt habe über ein mögliches Konzept, stecken schon sehr viele indirekte Anforderungen, die einem dadurch ziemlich einfach sehr klar werden. Und das ist jetzt unser erster Versuch, um das zu implementieren. Wir müssen irgendwie eine Liste der unterschiedlichen Berufe hinterlegen. Dann brauchen wir eine Liste an Fragen, die wiederum unterschiedliche Antworten haben. Und jede Antwortmöglichkeit beinhaltet dann ein Mapping der zuzuweisenden Punkte pro Beruf. Und Stück für Stück gehen wir dann die Liste durch und zeigen die Fragen samt Antwortmöglichkeiten an, berechnen bei jeder Antwort die Punktzahl neu. Und wenn die letzte Frage beantwortet worden ist, zeigen wir die Ergebnisse an. Für jeden Beruf müssen wir dann noch weitere Hintergrundinformationen speichern, aber das ist für einen ersten Versuch jetzt erstmal unwichtig. Also, dann würde ich sagen, setzen wir das mal um. Die Webseite basiert auf React und dem Framework Next.js. Damit ist es also ziemlich einfach, solche interaktiven Elemente auf der Webseite hinzuzufügen. Dieses Feature setze ich jetzt mit TypeScript um. Ansonsten basiert das komplette Projekt auf JavaScript. Ich merke aber, wie ich die Typisierung ein Stück weit vermisse und dadurch auch mehr Spaghetti-Code produziere. Ich habe also dieses gesamte Feature in TypeScript modelliert. Wir haben einen Inam-Ausbildungsberuf, einen Typ für Frage sowie Antwort und der Typ Frage ist besonders spannend. Denn hier verwende ich ein sogenanntes Partial. Würde ich das nicht verwenden, erwartet TypeScript für jeden Beruf eine Punktezuordnung. Das ist aber ziemlich blöd, da nicht jede Antwort grundsätzlich für jeden Beruf Punkte zuweisen soll oder abziehen soll. Und damit ich jetzt nicht für jeden Beruf den Standardfall, also Null hinterlegen muss, kommt hier das Partial zum Einsatz. Auch hier habe ich mir wieder ein wenig von meinem Robobuddy aka ChatGPT helfen lassen. Ich finde KI super praktisch bei der Implementierung, denn ich habe oft die Vision und die Softwarearchitektur im Kopf und lasse mir dann bei der konkreten Umsetzung unter die Arme greifen. Das funktioniert nicht immer gut, aber häufig genug, dass es sich für mich lohnt. Wichtig ist dabei, dass man sich bereits gut mit dem Framework und der jeweiligen Sprache auskennt, weil es sonst sehr schwierig ist, Fehler zu erkennen und die KI macht sehr gerne Fehler. Auch finde ich es spannend, dass der Code, der generiert wird, auf Deutsch ist. Viele finden das ja schrecklich, aber ich finde das ehrlich gesagt oftmals ganz angenehm. Warum sollte ich beispielsweise Fachinformatiker Anwendungsentwicklung auf Englisch übersetzen? Es gibt Domainsprache, die einfach aus deutschen Begriffen bestehen. Da will ich mir keine Gedanken über abstruse Variablen auf Englisch machen, nur damit sie aus Prinzip auf Englisch sind. Ich programmiere sonst auch auf Englisch und es ist oftmals dann auch ein Mix, der dann irgendwie zu Denglisch führt. Und ich denke, ich werde das mal auch noch ein bisschen refactoren, weil Englisch so als Default, aber Fachbegriffe auf Deutsch. Und deswegen lasse ich so Typen wie Punkteverteilung oder Ausbildungsberuf so stehen. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber genug über KI und den Sinn des Lebens philosophiert. Der erste technische Durchstieg, wie wir das auf der Arbeit übernennen, ist vollbracht. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal im Schnelldurchlauf die komplette React-Komponente an. Wie bereits erwähnt, definiere ich am Anfang die TypeScript-Models, also Ausbildungsberuf, Punkteverteilung, Frage und Antwort. Anschließend initialisiere ich die Liste mit paar Beispielfragen. Hier kann man ganz gut sehen, dass einer Frage mehrere Antwortmöglichkeiten hat und jeder Antwort dann eine gewisse Punkteverteilung zugeordnet ist. Dann geht's los mit der eigentlichen React-Komponente. Hier definiere ich erstmal den lokalen State, denn wir müssen wissen, bei welcher Frage wir uns gerade befinden, welche Antworten der Nutzer gegeben hat und wie die aktuelle Punkteverteilung aussieht. Die Punkteverteilung initialisiere ich mit dem Reduce-Aufruf, um jedem Ausbildungsberuf den Wert 0 zuzuweisen. Das ist ein bisschen Overkill, weil es hätte auch eine statische Map getan, aber dann ist das doch ganz elegant gelöst. Ich definiere dann vier Funktionen, die wir zur Interaktion mit der Komponente brauchen. Dazu gleich mehr. Weiter unten definiere ich dann zwei Variablen, um einerseits die aktuelle Frage zu referenzieren und um zu überprüfen, ob die letzte Frage beantwortet worden ist. Im Return-Statement kann ich dann entsprechend eine Fallunterscheidung machen. Falls wir noch Fragen beantworten müssen, gehe ich durch die Antwortmöglichkeiten durch und rendere diese als Button. Auf jeden Button wird ein Click-Listener registriert, der die Funktion Handle-Antwort-Auswahl aufruft und als Parameter die ID der aktuellen Antwort übergibt. In dieser Funktion passiert dann die ganze Magie. Als erstes aktualisiere ich die Antwort in dem Array, wo ich die Antworten speichere. Ich habe es aktuell so umgesetzt, dass bei jeder Antwort die Punktzahl komplett von neu berechnet wird. Hier wird also wieder der Initial-State erst hergestellt und dann interiere ich durch jede gegebene Antwort, hole mir die Punkteverteilung aus der Fragenliste und interiere dann durch die Entries des Objekts Antwort-Punkt-Verteilung, um dem jeweiligen Ausbildungsberuf die Punktzahl zuzuordnen. Am Ende haben wir dann die neue Punkteverteilung, die zurückgegeben wird, damit React das als neuen State setzen kann. Und damit haben wir dann auch schon einen ersten funktionierenden Prototypen für das Berufsquiz. An sich ist das echt nicht viel Code für ein richtig gutes Feature auf der Webseite. Anhand der React-Developer-Tools kann man dann ganz gut sehen, wie die Komponente intern funktioniert. Und wenn wir dann die letzte Frage beantwortet haben, zeige ich einen Ergebnisbildschirm an. In dem Fall nur die rohe Punktzahl absteigend sortiert, hier muss ich dann noch kreativ werden und für die Berufe Informationen hinterlegen und das grafisch gut aufbereiten. Der wichtigste Punkt ist jetzt allerdings noch offen. Nämlich muss ich mir Fragen überlegen, durch die ich sinnvoll ermitteln kann, welcher Beruf zu einem passt. Dafür muss ich ganz genau verstehen, was die wichtigsten Unterschiede in den jeweiligen Berufen sind und inwiefern sie sich differenzieren lassen. Und das ist auch gleichzeitig die schwierigste Aufgabe an diesem Feature, denn oftmals sind es Nuancen, die dich in den einen oder den anderen Beruf lenken. Dazu muss ich mir jetzt passende Fragen ausdenken, die genau auf diese Nuancen abzielen, um dann eine möglichst realistische Punktzahl zu vergeben. Aber das mache ich nicht im Rahmen dieses Videos. Ich hoffe, euch hat diese Art Developer-Vlog gefallen. Ich würde gerne in Zukunft mehr solcher Videos machen, und deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob es was zu verbessern gibt. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.